Na klar, na klar. Ist ja jetzt wieder so ein Unten bei, in so einem Tempel drin, ne war? Ja, BD leuchtet auch rot, ja, weil es mir so toll geht. Danke für die Hilfe, BD. Du hast mich gerettet. Hm. Wir haben uns mehr zum Grab gebracht. Alter Schweder, Speicherpunkt. Ja. Da ist noch so viel Balken übrig, so viel Balken. Ja komm ey, so schlecht schlauen wir uns heute ja auch nie. Wir sind da. Es ist anders als das andere Grab. Keine Ahnung, gefällt mir nicht. Ne, auf keinen Fall. Ja. 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 Ey. Ja. 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 Hauptsache ich beiß mir immer auf die Unterlippe, denn läuft der Lahn. Oh! 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 Jetzt ist die Macht alle. Das ist doof. Wir brauchen mal ein bisschen Action. Genau, erstmal schön in den Nacken gebrutzelt. Ja, du kommst. Ähä. Ähä. Äh. 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 Okay. Ich glaube, ich habe dir eh eine Kugel zu weit weggeschossen, oder? Ja, moin. Martin, hast du wünscht und ich schrie mir lieber. Äh, hallo? Äh, jo. Ich glaube, die eh eine Kugel ist in die falsche Richtung gedüst, aber ist egal. So, da hinten sind wir, hey, komm. Gleich wieder alt kaputt gemacht, wirst du. Gleich wieder alt kaputt gemacht. Okay. Also hier fehlt eine Murmel, die dachte, da oben die Kugel, die muss hier rin. Okay. Verstehe, verstehe. Da haben wir jetzt einen Fehler gemacht, Kubik. Oder was auch immer. Keine Ahnung. Hm. Ist jetzt nicht, was die Kugeln... Die waren jetzt doch da, bloß dafür da, um das da, ähm, das GS wegzubruzeln, oder? Sag jetzt einfach mal, oder? Oh, lass uns ausruhen, warum nicht? Noch ehens wie Sachen und wir haben wieder einen Fertigkeitenpunkt. Fertigkeitenpunkt. Genau, guck mal und ich komm dem vorbei und, äh, hol mir dann die Daten ab, ja? Wo muss ich denn hin? Ach, eh mal um die Ecke krabbeln, okay. Wir sehen, drüben auf der anderen Seite, da stehen so ein paar, äh, Bumballer-Heinis. Bumballer-Heinis. Da hinten, seht ihr sie? Lolleck und Bolleck stehen wieder mal fahrrad. Und dann, wenn wir das überbrüchen? Ich sehe einen Eindringling. Daumen! Ich halte ihn auf. Wie macht er das? Alter Schwede, ihr seid büßt. Du hast keine Chance gegen uns. Hier raus. Er ist erledigt. Ich treffe ihn einfach nicht. Natürlich nicht. Komm schon hier, kämpf gegen uns. Ah, nicht so viele. Uh. Ah. Du. Nächstes Mal. So. Aha. Okay. Gut, geht's nicht. Ach so, okay. Warte mal. Muss ich den jetzt da ran schieben? Damit ich da hochkrabbeln kann? Jo. Okay, da drüben, drüben auf die andere Seite muss ich auch noch. Und diese Lampe da? Nicht Lampe, wahrscheinlich ist... Irgendwas wird sein. Es leuchtet noch rot. Da sind wir noch nicht... Gut genug für. Äh, gut. Was ist mit ihm los? Wo will er denn hin? Hallo. Na, 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 nicht gleich runterfallen, Kumpel. Also er hier steht wahrscheinlich irgendwann auf. Mann, da ist er doch schon. Oh, mach da jetzt nicht so weit, Digga. Kannst du nicht mal nochmal machen, bevor ich stehe? Der ist ziemlich cool. Hey, bitte. Oh, jetzt hat der mir aber ihn. Hütte ihn hier. Na, jetzt. Mann. Er war doof. Habe ich blöde geregelt. Für mich schon besser. Ja. Ich habe trotzdem blöd gemacht. Verlinde, weil hier ein Punkt ist. Ausruhen oder nicht ausruhen, Leute? Das ist hier die Frage. Fähigkeiten-Baum. Gucken wir mal, ob wir noch irgendwo was einpflanzen können hier. D plus X. Kein Blödsinn, ey. Bringt dir eine Schwarm. Hm, theoretisch könnte man voll sheeten. Die Maske kalt, ausruhen, spawnt wieder, den Becken fertig machen, ausruhen. Das könnte durchaus sein, Damenloser. Das könnte durchaus sein, ja. Da, äh, würdigt ihr so ja recht geben. Machen wir aber nicht. Auch wenn ich mich jetzt ausruht habe, ja. Mir ging es jetzt bloß darum, dass ich wieder volle Punkte habe. Das heißt, wenn wir uns nachher auf den Rückweg machen, ja. Sind die ganzen... Erstens ist der wieder da. Und zweitens sind die ganzen Knalltüten... Äh, nee, empfohlt ich doch jetzt ja auch nicht. Ähm. Äh. Aha, guck mal, das ist noch rot. Da komme ich noch nicht weiter. Okay, ich könnte hier nach unten gehen. Und wir haben hier... Seht ihr das hier? Hier ist noch eine Wand. Da oben ist noch ein Eingang. Da kommen wir aber auch noch nicht hin. Irgendwie muss man... Diese roten Pflanzen, also diese... Verwucherungen, die kann man irgendwie wegbrutzeln. Aber da sind wir noch nicht gut genug. Na, willst du runterfallen? Warte, ich helfe dir. Ach, tschüss. Ach, tschüss. Ach, tschüss. Ach, Wandläufer. Äh. Äh. Ich meins. Ich meins. Da! Oh, jetzt lässt er los. Jetzt lässt er los. Ich war doch dran. Lalalala. Schade eigentlich. Sah gut aus, Micha. Sah gut aus. Ich schwinge nicht weit genug. Einfach ruhig bleiben. Ich kann mich einfach durchbrennen. Einfach schwingen. Einfach schwingen. Hier? So. Äh, jo. Jede Minute kommen neue Soldaten in dieses Grab. Hast du Angst, selbst anzutreten? Hätte sich dein Droide nicht eingemischt, hätte ich dich problemlos erledigt. Oh, ich Kumpel. Ignorier sie einfach. Genau. Will Guse machen. Immer ignorieren, die Dame. Will nur provozieren. Erstmal oben drüber lumschen, wa? Nicht, dass irgendwas... Was ist denn da los? Was ist denn da los? Ja. 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 Krassbar, würd ich sagen. Ja. 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 hier ist ja habe ich verdammt denke zu spät warte ich komme na 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 nicht nuscheln sondern immer reden wie morgen jetzt hat er große klappe war jetzt hat er eine große klappe bloß weil er ein bisschen was kann heute ein bisschen was nächstes mal spielt wieder fünf mal ab nach der das sind jetzt mini Nee, nee, äh. Ah, eine Wand rufen, okay. Oh, nee. Das ist so innermit zum Stab. Ja, siehst du, das ist so ein... Die nennen sie sich Zerstörer? Ich komme an den Stimm ein. Puh! Du stinkst nach Schwäche. Was machst du? Dreckiger Verräter. Ressner. Was ist denn los? Wo ist denn hin? Wo ist denn hin? Also runterfallen. Was kannst du an ihm machen? Du musst ja ein Seil ranmachen, wenn du runterspringen willst. Junge. Nicht so eine Dummheiten. Was fährt dann jetzt wieder? Ach so, jetzt bräuch ich die Dinger hier. Gute ist ja cool gemacht. Okay. Wie könnte er sich hier mal reinschleichen? Alter! Hat der mich runtergeschubst? Das ist ja ein... Siehst du? Und ich reiße auch noch die Klappe auf. Ja? Und bübel gerade den Schwarzen da voll. Den schwarzen Kämpfer da. Ja? Siehst du? So ist das. Zack. Klappe auf. Hä? Wie komme ich denn da nicht rein? Oh no! Das ist eine Erinnerung. Wisst ihr, woran mich das gerade erinnert? 1 zu 1 an Asgard. Du musst das Spiel durchhaben, damit du bestimmte Sachen machen kannst. Krass, oder? Okay. 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 Ah, ne Zitterbacke hinter mir. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, warte mal Doing Okay Eh? Weiter nach oben komm ich nicht, nur dort wo Moose ist Ja, ja, wo ist die? Ach, Taimi, ne, ich habe es Okay Cool Rätsel, Spaß mit Micha Denkst du auch an deinen Kaffee, Kaffee, Kaffee Äh, kalter Kaffee, ja Eliminiert Was denn jetzt? Was ist denn da unten los? Oh, nie in Flammenhaini Hast ich ja Noch jeder, aber ich habe ja noch ein bisschen was Oh Gott Wo muss ich denn jetzt hin? Ach, hier mit der Wand Zack, Seng, Scheide gezogen Ich wollte dich nur ganz lieb daran erinnern Ja, weiß ich, weiß ich So lieb von dir Ich habe ihn wirklich verjessen Ich habe ihn wirklich verjessen, ja Wo ist denn er? Ach ja, aber ist denn wir Müll Ich brauche Hilfe Gefe Da hast du recht, ja Es ist so Es ist einfach so Es ist einfach so Ach, das ist die Ach, guck mal Das ist jetzt die Stelle Jetzt sind wir oben Was wir vorhin gesagt haben Muss weggebrutzelt werden Hier kannst du hoch und runter klettern Da drüben Da steht der Dicke in der Nische Nicht der Dicke Der Halt der Typ da So und hier regnet So, jetzt sind wir oben Oberhalb von der Kugel Ja Krass Ja, hier unten haben wir Guck mal, seht ihr die? Das sind die, die wir vorhin alle geplättet hatten Ja Die wir vorhin alle geplättet hatten Und die jetzt wieder da sind Weil wir ja Die Nächt nicht Ja, nicht Nee, Nächt nicht haben Auf den habe ich ja kein Bock Muss ich ganz ehrlich sagen Oh Ich bin jetzt mal feige Weil der kann sich ja mal eine Runde mit den Typen da beschäftigen Soll er die mal erstmal machen? Nee, machst du nicht Das ist egal, bist ja ein ganz harter Bist ja Na, ich komme Warte Du wirst nicht fliegen Du wirst nicht fliegen Ich werde dich nicht verlieren Ich werde dich nicht verlieren Uff Schmerzen halten mich nicht auf Du kannst nicht gewinnen Hab dich Du kannst nicht fliehen Uff Ich werde dich gelassen Uff Uff Da bin ich manchmal ein bisschen nervös, Luke, ja Der nicht daran, dass ich nicht bin So, wir haben noch Äh, kein einzeln, äh, Heilungsdingens mehr Kein einzeln, äh, Heilungsdingens mehr Ist sowieso ja nicht schlecht Jetzt rutschen wir hier ab Hallo Zack Ich werde auch alleine mit ihm fertig Na so Meine lieben Damen und Herren Da drüben sind Wände, die rin- und rausfahren Das ist doch wieder so ein Ding für Ich habe das Artefakt zur Analyse auf mein Schiff gebracht Das ist schön Schade, du warst leider nicht da Ja, tut mir leid Du wirst es nie verstehen Und du schon Das wirst du bald erfahren Das Risiko gehe ich ein Ja 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 Aber das ist die Zeit, ja So schnell muss ich dich nicht wiedersehen, Mädel Also ich habe jede Menge Zeit Warum bebt denn das hier alles so? Ist das durch die Wände? Also ich hoffe, dass das die Wände sind Da drüben die Ja, sind sie Achajemi Nee Aha Hier scheint noch irgendwas zu kommen Mit den Rollen Aha Hat schon so ein bisschen was von Tomb Raider, oder? So ein bisschen was? Schön festhalten, mein Freund Schön festhalten Machen Wie das ist? Wie das ist? Kein der All-Day Wie das ist? Ein wunderschönen guten Abend wünsche ich dir Alles gut bei dir. Uh, der Kaffee wird langsam... Wenn wir uns mal ein Stückchen einkippen. So. So, dann ist er wohl hier. Zu viel Kaffee ist ungesund. So, dann ist er noch ein Stückchen. Endlich Wochenende. Wurde mal Zeit vor allem. Wieso? Was hast du denn jetzt? Hast du jetzt ein paar durchgeschindert? Ein klein wenig ja, aber mir gefällt der Tomb Raider mehr. Ich habe so ein bisschen Fable für alles Gemäuer, Relikte, Grabungsstätten und so weiter. Namenloser haben wir nicht mal... Haben wir nicht Tomb Raider auch mal angefangen gehabt? Das hatten wir doch auch mal angefangen, oder? Also, ich habe zwei Teile, habe ich... Von der ganzen Geschichte... Noch nie durchgespielt. Ich kann mich da nicht dran erinnern. Nee, wahr? Also, ich... Ich habe es schon mal... Ich hatte es mal angefangen. Das wüsste ich. Also, beide Teile. Oder war das im Urlaub? Ich weiß es doch nicht. Ach, Hayemi, nee. Was ist denn das für ein Verein da drüben? Das hat die ganze Familie mitgebracht. Dann werden wir uns mal eine Runde ausruhen. Bang. Sie haben uns nicht gesehen. Bleib wach, Sir.